So, hallo, sind wir wieder zurück bei Bundesliga, Bayern, Freiburg, ich, Maxi und Orakel. War das alles Wichtige? Ja, ich glaube schon. Okay, gut, dann tippen wir lieber gleich mal. Kurz zweistellig, ich glaube nicht. Ja, Bayern gewinnt 3-0. 3-0? Ich tippe mal auf ein 3-1. Einfach so. Jo, mal schauen, was wird. Ja, da bin ich auch gespannt. Dante darf noch spielen. Jetzt kommt wieder die Rotation. Rotation, die Rotation. Ich habe hier ein schnelles Team bisher echt. Das wird wieder. Aber du hast, nee, hast du noch Cissé nicht, oder? Nee, der spielt bei irgendwo Englische Liga. Was ist keine Russische? Ist das C? Ich glaube nicht. Wer, irgendwer hat mich gerade eingeladen, um mit dem FIFA zu spielen? Der Schweden King. Den hat, der hat mich auch schon eingeladen, den habe ich gleich bespielt. Der hat wohl niemanden, mit dem er zusammen Orakeln kann. Okay, mal schauen, was wird. Hey, die haben ja nicht mal so einen schlechten Platz. Ja, der ist schon echt gut. Nein, ich meinte einfach so als... Als... Ich weiß nicht. Ja, ich glaube... Ich muss mich konzentrieren. Hier, schau mal, ich spiele mit Shaqiri. Du musst... Schau mal, wen du alles findest in der Rotation. Kann ich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Neuer. Nein, Starke. Ja, ja. Da gewinn ich. Für seine guten Leistungen im Training. Für seine guten... Okay. Das wird aber niemals passieren, dass der Heikens... 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 Heikens den... War aber leider schon einmal. Ja, aber... Da war der Neuer wahrscheinlich tot oder sowas. Nee. Ah nein, nicht mehr kurz spielen, weil... Dann verliert er. Oder spielt man unentschieden oder sowas. Ja, das ist natürlich ärgerlich für dich. Warum war die so schlecht? Ich würde gerne mal mit meiner Ultimate-Team-Mannschaft gegen Bayern spielen. Schade. Oh, dein Torwart geht ab. Ich weiß gar nicht, wie ich ein Tor habe. Baumann, glaube ich, oder? Ja. Der passt. Ich spiele auch diese Karriere manchmal, wenn mir langweilig ist. Wow. Und dieser Baumann, der, ich glaube, der war drei Wochen lang dieses Top-Thema. Der, der wurde... Alter, hör auf damit. Drei Wochen lang ist, war da so ein Riesenplakat. Baumann will weg von, von, ich glaube, ich weiß nicht, wo der hingewechselt ist. Ich glaube, Schalke oder so in meiner Karriere. Also, das war echt nicht mehr schön. Ja, ärgerlich. Spielst du da einen Manager-Modus oder was? Ja, Manager-Modus. Mit was? Mit 60? Mit Dortmund und mit 60. Mit Dortmund. Wir haben da so ein lustiges T-Shirt. Das ist gelb. Da steht dort Mund, oben dort, unten Mund. Und darunter ist ein Pfeil, der zeigt nach unten. Ja, okay. Ich habe es verstanden. Ich habe nichts Perverses gesagt. Nein, nein. Oder verbotenes. Wie alt ist dein Zuschauer-Durchschnitt? Weiß ich nicht. 35. 35. Ach, deine Eltern guckt zu? Ja. Kann man bestimmt irgendwo nachschauen, oder? Was der Zuschauer durchnimmt. Ja. Oh Mann. So, jetzt kommt erstmal Ribery. Schade. Was war das denn? Ich wollte mal was versuchen. Ja, hat man Sinn. Hat nicht so geklappt. Aber er hat ihn nicht sicher gehalten. Das war doch die Hand. Ja, willst du mich verarschen, Mann? Willst du mich? Das war doch die Hand. Nein. Da warst du gar nicht hin. War nicht die Hand. Das war doch die Hand. Das geht's doch nicht hin. Ja, ärgerlich für dich. Schade. Oh, du hältst dich noch gut. Aber ich muss mal wieder einen Sieg raushauen. Noch. Halte ich mich. Alter, wie schnell ist der Typ? Oh, nein. Der Kelly Fury. Das ist der beste Mann von denen. Kann das sein? Ne, der andere. Ich kann ihn aber nicht aussprechen. Der hat so einen Doppelnamen. Der ist noch schneller. Der hat 88er Antritt oder so. Der ist echt schnell. Wie heißt der? Irgendein Doppelnamen. Mit C fängt er an. Mit CH. Kelly Fury. Nein, ein anderer. Der heißt nicht Kelly Fury. Der heißt anders. Schmidt. Er ist bestimmt schwarz. Nein, ich glaube nicht. Oh Mann. Noch halte ich mich gut. Noch. Noch hältst du dich gut. Noch hast du kein Gegentor, Cassie. Noch. Aber du hattest die besseren Chancen. Muss man auch mal sagen. Ja. Wohin? Tja. Ich grätsch und grätsch immer. Jetzt kommt Kruse. Boah, was war das denn? Ein cooler Pass. Ein Roulette. Und ein Schuss. Oh, schade. Ne, ne. Der Badstuber, der passt schon auf. Badstuber. Der hat der Ezequiel, 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 Klava, Rent, Kalva, Evente, irgendwas. Den kenne ich nicht mal. Ich auch nicht. Boah, scheiße. Ja, kann ich zu schweig auch sagen. Ach, am Arsch. Am Arsch. Das war doch ein Foul. Komm, willst du mich verarschen? Bitte, bitte. Nein. 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 Uh, uh, uh. Spannend. Schade, er hat gelernt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so spannend wird. Ich habe gedacht, die geht schon 2-3-0 hinten. Aber kann ja. Ich nicht. Kann ja noch. Ich habe doch rotiert, damit es spannender wird. Spannender wird, genau. Ich spiele doch immer noch deine zwei Besten, oder? Ja, klar. Ja, eben, also. Obwohl... Elfmeter. Quatsch. Ja, er kriegt den Ball. Ja, das war der stark gerechte Füß vom Raum. Ja, der Profi ist halt beidfüßig. Wie man hier in dieser Szene perfekt gesehen hat. Mhm. Wer ist denn das? Gustavo, oder? Ja, der ist aber linksfuss. Alter, was ist denn jetzt? Ja, jetzt hat... Ist er drin. Nicht. Das gibt's doch nicht. Dein Torwart ist zu gut. Baumann, ja. Der ist... Der neue Nationalkieper bei Freiburg. Alter! Der hält ihn fest. Ja, ja, aber echt. Torwart. Ja, schade, dass er mir nicht gegen den Kopf geworfen hat jetzt. Den kriegt er nicht, oh Mann. Das ist bitter. Wow. Ne, ja. Schade. Jetzt pfeift er wieder ab. Oh Mann. Da, wenn ich im Konter bin mit 4 gegen 3. Ja. 0 zu 0. Spannend. Der hätte trinken müssen. Aber dem verspringt der Ball so weit, weil der halt nicht gut ist und sowas. Was ich überhaupt nicht verstehe irgendwie. Ja, mei. Oh Mann, schade. Der Typ ist langsam da. Merkst du das? Nein, der Typ ist total schnell. Ja. Am A1. Jetzt gibt's Elfmeter. Nein, gibt's nicht. Oh Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht. Ja. Schieß doch. Jetzt wollte ich mal ne coole Freistoß äh... Variante. Variante, genau. Das Wort hab ich besucht, danke. Au, Gustavo. Ganz gefährlich. Ja. Er kommt auch noch hin am Ball. Hoppla. Nein. Rot. Am Arsch. Ja, war ja klar. Jetzt ist er nicht mehr gefährlich. Hast du das voll gesehen? Wahnsinn. Ja. Ja. Einfach rot. Jetzt ist er nicht mehr gefährlich. Der Gustavo. Scheiße. Jetzt bin ich auch noch in Unterzahl. Aber du schlägst bestimmt kein Profit daraus. Halt, ne, Bayern war in Überzahl, verdammt. In Unterzahl schaffen sie's bestimmt besser als in Überzahl. Wirst du schon sehen. Ich glaub ich auch, weil die können schon nicht mehr. Und das war Befreiungsschlag und kein Pass. Ich dachte schon, ich kann ein Bein nicht schnell annehmen. Was war das denn? Das war auch wieder so ein, so ein toller Pass. Boah, da trägst du rum. Klasse. Voll. Ja. Ah, das gibt's doch nicht. Ich wollt' ihn zum Flick hochnehmen und dann. Das war ein, da war ja meine Freistoßvariante besser. Ja, vor allem, der geht jetzt aus. Der ist noch nicht im Aus. Ja, Robben macht da ein Fallrückzieher. Der hat's von GOMS gelernt. Ja, klar. Oh, fuck. Der wollte, nein, die Pfeife. Starke. Nicht Pfeife. Also, der war schlecht. Ja, weiß ich. Der war. Warum geht da nicht der, äh, Pfeife hin? Oh, Mann, war der knapp, ey. Alter, der war echt knapp. Also, für Mannschaften, wie Hannover und Freiburg, schlage ich mich echt nicht so schlecht, aber dann mit, mit Leverkusen verliere ich, oder was? Ja, und mit Dortmund, mit Schalke. Hab ich mit Schalke verloren? Ich hab unentschieden. Ne, mit Schalke hast du gewonnen sogar. Ja, schau. Oh, Mann, nein, jetzt fällt ein Tor. Nein, warum flankt doch gut? Ja, das sagen sie sich auch immer. Hätte ich nur gut geflankt. Abseits. Ja, hab ich gesehen. Dass das Abseits wird. Warum schießt den eigentlich nicht der Torwart? Damit der das Abseits aufheben kann. Du hast ja keine Ahnung. Ja, stimmt. Das ist natürlich... Macht Sinn. Das macht Sinn. Ich hab ja echt keine Ahnung. Nein, warum geht der da nicht hin? Dann hast du nur links hinten spielen. Ja, Alaba. Hast du Raffinia nicht drin? Könntest du auch mal spielen lassen. Der ist auch cool. Ja, ist er. Scheiße, mit dem durfte ich nicht mehr krätschen. Ja. Na was? Hat ja gar kein Ballkonto. Scheiße. Habe ich, verdammt, falsch gelenkt. Oh, nee. Oh, nein. Nein. Das ist ein Elfmeter. Jawohl. Scheiße. Okay. Kelly Cheery. Nee. Baumann, ja, würde ich ausschießen lassen. Nein, deine Beife. Schnell bevor er im Tor steht. Ich sag dir. Der ist noch nicht im Tor. Ach, schade. Oh, Mann. Oh, Mann. Das heißt, das geht da was lossten. Einen. Und das lustig wäre noch mal, dass es trockert ist. Dann hätte ich mich ausgemacht, glaube ich. Den hätte ich mir auch gespeichert. Von hinten die Beine. Wie gratscht der, der hast du gesehen, wie der gratscht? Ja, schlecht. Der war gut gegratscht. Der war gut gegratscht. Der war gut gegratscht. Der flankt doch endlich. Steht er noch hin? Nein. Abseits. Nein! Ich gehe denn da weg! Und ich hatte den Elfmeter und der ist in Unterzahl. Nein! Der war schön gespielt, musst du sagen. Ja, warum läuft meiner da weg? Da fällt man zu, geht schon danach. Jetzt muss ich mich wieder anstrengen. Ich spiele aber einfach weiter auf sehr offensiv. Äh, auf offensiv. Foul. Das habe ich gesehen. Die nächste Gelbe. Für unsere Robbe. Harte Spiel. Der war, der war wieder klug und, ja. Ich glaube, da kommt niemand hin. Jackiri ist down. Das habe ich gesehen. Aber meiner auch. Nein. Nein! Nein! Er hat den noch gehalten. Alter, wie er den noch gehalten hat. Was ist das für ein Torwart? Das ist doch... Das ist Starke. Alter, der geht ab. Starke ist schon krass. Der ist schon stark. Na, jetzt muss ich auch so offensiv. War das lecker, oder was? Ja, wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ja, weil... Merke ich... Ja, wurscht. Das will ich sagen. Egal. Äh, nichts. Willst du sagen? Wie 2.0. Foul. Foul. Nee. Stark. Nein, jetzt kriegst du noch einen Dreistuss. Kriegst du nicht. Fünf Mann in die Mauer. Alle unnötig. Hat dein Elfmeter? Oh, Mann. Nein. Scheiße. Ich bin in Unterzahl. Und? Ja. Das müsstest du mal offensiv stellen. Das bin ich doch schon lange. Bist du schon lang. Achso. Das war ja besser. Der hat auch noch keine gelbe. Der kann auch noch kassieren. Oh, jetzt habe ich gedacht, der holt doch die rote drauf. Man sieht, du hast trainiert. Ja, mit Ronaldinho in der Arena gehen die rein. Ja, ohne Mauer? Mit Mauer, natürlich mit Mauer. Achso. Nein! Dante, jetzt gibt mir den Ball. Nein. Nein, jetzt hat er ihn auch noch. Letzte Chance, ein guter Angriff muss her. Nee, du. Ich werde euch nicht wieder mehr durch. Nein. Und jetzt kriege ich so einen dummen Freistoß. Er kriegt sogar glattrot. Er hat ja schon gelb. Ja, aber er kriegt glattrot. So, er stimmt. Ich bin nur noch zu neunt. Ich rein. Nee, der war echt zu viel verlangt jetzt. Warum hätte der nicht reingehen? Schiri, ich werde durch gewesen. Oh, da habe ich mit neun Leuten gewonnen. Aber noch 1-0. Ist schon gut. Oh, Mann. Halt. Äh, ja. Wir müssen uns verabschieden. Auf Wiedersehen. Tschüss.